Heyo Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Part von AHEAD TO TIME! Diesmal werden wir weiter beim AllExp... Bei dem... Bei dem... Beim Deathbird Studio... Weitermachen... Die Zeit der Welt... Jo... Oh... Das war schlecht... Das war wirklich, wirklich schlecht... Und... Oh, ich erinnere mich auch daran, dass die Leute hier so lange gebraucht haben... So... Äh... Okay... WTF... Was ist das? Was? Okay, das ist seltsam gerade... Ich will jetzt hier nicht sterben... Prrrrr... Okay, jetzt also sie nicht krepieren... Oh mein Gott... Oh mein Gott... Ich hab ein Problem, das sind die Eulen... Die werden mich gleich abknallen... Ich hab ein Checkpoint... Ich glaub ich kann hier... Das heißt, ich muss das Ganze jetzt mit einem... Mit einem... Mit einem... Bitte komm zu mir... Ich kann... Nicht mehr warten... No... Oh shit... Okay... 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 Was ist daran so schwer... Was ist daran so schwer... Ich sollte auch von Anfänger zu morden... Sind nicht ohne Grund Anfänger, Mann... Aber ich muss damit mein Ego pushen... Aber ich muss damit mein Ego pushen... Denkt daran Kinder... Immer desinfizieren... Immer desinfizieren... Jetzt kommt mir die große Parade... Die große Parade... Desparade... Haha... Versteht ihr... Weil... Sometimes I hate myself... Nein... Wild... No... Hello darling! Welcome to the largest studio set you'll ever see! We're about to start recording The Big Parade, the movie that'll take the breath away from audiences' world. For this movie, we'll need to use our special prop. It'll pop out at the very end. One way, darling, your current outfit really doesn't fit that parade. Can you go over there and get it? Mach! Ba-da-da-baaam! You look great, darling. Don't worry, this movie is really easy. Keep moving around and the band will follow you. Just don't bump into them. And keep an eye out for goodies. The audience love the parade. Let's go! Good luck, darling! Danke! Okay, let's get started. Okay, let's get started. Okay, let's get started. Okay, let's get started. Doch, let's get started. Warte. Warte. Ich muss kurz Einstellungen machen. So. Ready. Ready. Go! Eine schöne Zeit. Aber da ist es eine, bei denen viele Anfängerstähigkeiten hatten. Inklusive mir. Katsächlich. Der Sprint-Lude ist hier eigentlich am leichtesten. hmm because I'm a cool gamer a gamer boy or gamer girl whatever fun boy it's done now I'm going to trigger this um cool well pokemon alright but Das war's für heute. Let's go! Let's go! Oh nice! Das muss ich diese Schalter trinken. Oh wow, ich hab das deswegen getroffen, weil wegen der Cutscene. Oh shit. Oh man. That was unfortunate. That hit so unfortunate. Was? How did that... How did that bullshit? No. Kann ich bitte landen bevor das... Danke. Holy shit. Can I at least get a heart please? Oh my god. Let's go, Pew. Pfff. Ah. Hello DJ Grooves. Oh, die shit off. Zwei. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Zwei. Versus. Zwei. Zwei. Zwei Zwei. 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 Zei Untertitelung des ZDF, 2020 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 Pfff! Ich bin maximal zu verrückt, aber es gefällt mir natürlich etwas. Habe ich einen Bot oder so drin? Der Kaktus ist süß. Gut. Die Preisverleiherung. Okay. Was er denn jetzt schaffen würde? Das ist eine Sau zu wischen, aber das ist tatsächlich... Aber es ist mal was anderes. Okay. 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 Um, okay, wait, let's just say. Ah, weh, ich habe noch eine Idee. Das ist nur ein Token. Ja, das ist nur ein Token. Nein! Ich bin nicht hingesammelt, wenn wir mal dahin rennen. Tatsächlich! Ich würde es schaffen, oder nicht? Das ist einfach nur viel unheimlich. Ach gut, das ist chillig. What? Okay! Dann ähm, alles klar! So, etwas seltsam. Etwas. Dann gehe ich jetzt mal hier hoch. Mal wieder. Oh! Das ist was. Das ist etwas. Das würde ich mir noch gerne holen, bevor ich weitergehe. Genau! Nein! Oh, ich hasse das! Oh mein Gott! Wie bin ich darunter? Dein Ernstspiel? Was? Ich mag das Level natürlich nicht so sehr. Das ist zum Teil etwas weird zu händeln. Gut. Gut. Perfekt! Hier we go! Also das ist sehr risky von mir. Ja, das weiß ich. muss man mir das nicht erklären zu mir muss man das nicht mehr erklären ich bin jetzt Warum?! Na gut. So, zack, easy. Nope! Kann ich hier irgendwie da... Fing ich da rüber oder so, I don't know, I don't fucking know. Hast du keine Ideen gerade. Na aber der Tipp, wenn das kommt, dann weiß ich, ich kann hier lang. Was ist das wirklich so machen? Sonst schaffst du's echt nicht weit. Also wenn man bis dahin nicht gecheckt hat, dass das funktioniert, dann... Ja, dann ist es dein Problem. Also es ist euer Probe. Ach, ich muss dich hervertrafen. Aber da hinten. Da hinten. Ah! Da hinten. Holy shit. Ah, hier. Geht's weiter. Let's go! Kriegst du vielleicht gegen den Kriegsperson? Nein? Oh, wieder nicht. Hm. Gut, hier wird Krieger, aber die gibt's da Bronz. Was? Mir fehlen tatsächlich nur noch... ...6 riesen Dinger. Was? Wo bin ich? Oh. Hey! Alter! Wie komme ich da durch? Wie komme ich da durch? Wie komme ich da durch? Wie schaffe ich das? Was? Wie schaffe ich das? Yeah, das ist im POSSIBLE. Oh, ja, ja, ja. Gut. Gut. Sieh mir das auf dich. Nice. Ah! Da gibt's schon ein Herz. Das ist kein Herz, das ist eine Kamera. Fuck. Da ist ein Herz. Nice. Was? Der kam aus dem Nichts. Oh, das bin ich dir ganz unten. Oh. Wir haben zu viel Saus auf der Pizza. Es ist zu viel Saus auf der Pizza. Okay. Der Kack. Der Pingle war so ein Nichts dabei. Der ist auf der Omen und denkt sich so... Juhu, 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 juhu. Ich bin in der Pizza-Bahn. Oh, was? Ich bin in der Pizza-Bahn. Ah. Ah. Ei. Jetzt muss ich da lang. Ha! Diesmal bin ich ausgetrickst, mein Sohn. Yeah, boy. Ich denke, das ist ein sehr guter Wort, um diesen Part jetzt zu beenden. Wir beenden diesen Part. Bis der Ende der Uni. Ciao.